Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Screencast des Wiener Bildungsservers. Wie Sie wahrscheinlich schon erkannt haben, ist dieser Zeitungsbericht ein Fake. Und darum soll es im heutigen Screencast auch gehen. Fake News und wie diese erkannt werden können. Und dazu möchten wir Ihnen ein Unterrichtsbeispiel zeigen, das hoffentlich auch ein bisschen unterhaltsam für Sie und die Schüler und Schülerinnen ist. Ich habe mich hier in ein Bild hinein bearbeitet. Und die Idee ist, den Kindern das Bild zu zeigen und es mit einer haarsträubenden Geschichte zu kombinieren. Dazu brauchen Sie natürlich mal ein Bild Ihrer Wahl. Am besten ist es, Sie suchen es sich auf einer freien Plattform. Zum Beispiel Pixabay. Ich habe hier einfach eingegeben, wilde Tiere. Es gibt auch Pexels oder Unsplash. Es kommt immer ein bisschen was anderes. Es ist wirklich persönliche Präferenz. Die Links finden Sie alle in der Infobox. Wie gesagt, den Elch habe ich bei Pixabay gefunden. Wichtig ist darauf zu achten, dass genügend Platz ist, wo Sie sich hinein bearbeiten können. Und dass die Lichtverhältnisse nicht zu kompliziert sind. Also dass es nicht sofort auffällt, dass Sie da eigentlich nicht in derselben Situation sind. Wenn Sie das Bild haben, laden Sie es herunter und dann öffnen Sie es mit der Sketchbook App. Mit der haben wir das letzte Mal schon gearbeitet. Und dann haben Sie hier das Bildbearbeitungsprogramm offen. Der Elch ist in Layer 1 und ich kann ihn auch ausblenden, indem ich da einfach auf das Auge gehe. Er ist dann nicht weg, sondern nur ausgeblendet. Dann brauche ich das Bild von mir. Wir haben das im Büro gemacht. Der erste Versuch war ein bisschen unvorteilhaft, weil der Hintergrund weiß ist und mein Outfit sich dem sehr gut anpasst. Wir haben das dann wiederholt auf dunklerem Hintergrund. Und das ist schon was, auf das Sie achten können. Und dann schauen Sie, dass der Kontrast hoch ist und dass die Haare möglichst nah am Körper bleiben. Die muss man sonst alle einzeln ausschneiden. Auch das ist noch kein optimales Foto, weil wir hier bei der Hand und beim Fuß nicht die richtige Schärfe zusammengebracht haben. Also am besten ist es, ein statisches Bild zu versuchen. So, zurück zur App. Hier füge ich jetzt das Bild hinzu. Mit dieser Schnelltransformationstaste kann ich die ersten schnellen Änderungen vornehmen. Eine Drehung und ein bisschen kleiner. Dann blende ich mir den Elch aus und auch den Hintergrund. Und hier kann ich jetzt mit dem Füllkübel versuchen, den Hintergrund wegzubringen. Da ist die transparente Farbe. Dann muss ich mich mit den Toleranzen spielen. Hier kann ich einstellen, ob ganz wenig rundherum mitgenommen wird. Das heißt, jetzt nimmt er nur Farben, die dem ähnlich sind, wo ich draufklicke. Wunderbar. Und je höher ich die Toleranz mache, desto mehr nimmt er mit. Also wenn ich da jetzt auf ganz hoch gehe, nimmt er relativ viel mit, wie Sie sehen. Gut. Das ist eine Spielerei. Das heißt, ich muss hier nachbearbeiten und kann dann auch mit dem Radierer arbeiten. Den mache ich mir gleich größer, um hier die oberen Sachen wegzubringen. Wenn ich das jetzt sehr genau haben möchte, dann kann ich da die ganzen kleinen Details abarbeiten und auch nochmal den Füllkübel versuchen. Das war zu viel Toleranz. Jetzt werde ich da einmal im Schnelldurchlauf noch über die Einzelheiten gehen. Was ich dann auch noch machen kann, ist, um die groben Dinge heraußen wegzubekommen, mich einmal ausschneiden. Dann drücke ich einfach SDRG C für Kopieren und SDRG V für Einfügen. Und es wird mir hier einfach eine neue Layer gemacht. Dann kann ich die alte löschen. Und habe hier schon ein bisschen ein besseres Bild. Wenn ich bearbeiten möchte, wieder in die richtige Layer klicken. Und dann kann ich die Kanten auch noch etwas verbessern, indem ich hier auf Weichzeichnen gehe. Das schaut dann so aus, dass ich hier einfach nur sanft drüber wische. Das kann ich allerdings auch mit dem weichen Radierer machen. Ich muss dann nur aufpassen, dass ich nicht zu viel wegnehme. Hier können Sie sich spielen, wie auch immer genau Sie es haben möchten. Wie gesagt, die Schwierigkeit mit den Haaren, die kann man da vielleicht noch ein bisschen einzeln näher ausarbeiten. So, und dann, da müsste man sich auch noch ein bisschen weiterspielen, kann ich schon mal versuchen, das da hineinzubringen. Ich brauche wieder den Button für die Schnelltransformation und ziehe einfach mich in die richtige Position. Dann möchte ich gerne noch ein bisschen was von dem Gras vor meinen Füßen haben. Dazu gehe ich in die Layer 1. Dann schaue mir an, wo ich ungefähr ausschneiden muss. Und blende mich weg. Nehme wieder das Lasso zum Ausschneiden. Und schaue, dass ich hier ein bisschen was von dem Braunen dabei habe. Das habe ich jetzt wieder in eine weitere Layer gesetzt. Und jetzt muss ich mich noch hinter diese Layer setzen. Schon bin ich hinter ein bisschen mehr Gras. Und es schaut aus, als wäre ich wirklich hinter dem Elch davonlaufen. Vielleicht wäre ein bisschen mehr Gras noch gut gewesen. Aber Sie sehen, was das Ziel ist. Wenn ich das wirklich für den Unterricht verwenden wollen würde, dann würde ich jetzt noch ein bisschen feiner ausschneiden beim Gras. Aber ich zeige Ihnen einfach eine fertige Variante, die übrigens nicht viel länger gedauert hat als eine halbe Stunde. Das ist dann so eine fertige Variante. Hier habe ich die Kanten ein bisschen geglättet. Und da das Gras feiner ausgeschnitten. Hier noch eine Variante. Auch hier das Gras feiner ausgeschnitten und das Grün von den Fingern entfernt. Das wäre jetzt das fertige Bild, das Sie Ihren Schülern und Schülerinnen zeigen können. In Kombination mit der Geschichte, in der Sie im Urlaub von einem Elch verfolgt wurden. Und dann können Sie den Kindern oder den Jugendlichen Hinweise geben, wie Sie das auflösen. Das Wichtigste ist in diesem Fall dann Fragen stellen. Wie zum Beispiel, wo waren Sie auf Urlaub? Warum ist Ihnen der Elch nachgelaufen? Dann, dass Sie das Bild analysieren. Sind in beiden Fällen Feinheiten zu erkennen? Schaut es aus, als wäre es ausgeschnitten. Sind herumfliegende Haare zu erkennen? Beim Elch schon, bei mir nicht zum Beispiel. Dann Sachinformationen recherchieren. Wie groß ist ein Elch? Ist schon jemals ein Elch einem Menschen nachgelaufen? Wo leben die? Und passt das mit ihrem Urlaubsort zusammen? Beziehungsweise kann man zu denen auch so nah hingehen? Dann die Lichtverhältnisse. Von wo kommt das Licht? Wo sind die Schatten? Passt das zusammen oder nicht? Und dann eventuell noch offensichtliche Fehler. In meinem Fall werden das zum Beispiel die Hausschuhe. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand in die Situation kommt, mit Hausschuhen vor einem Elch davonlaufen zu müssen. Das war es dann auch schon. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben vielleicht eine neue Idee bekommen. Und wir freuen uns wie immer über Anmerkungen, Rückmeldungen oder neue Ideen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.